Hallöchen Leute und willkommen wieder mal zurück in Kakariko. Ich war jetzt schon etwas länger nicht mehr hier, aber wir haben einen Brief von Leonard bekommen. Und wir haben uns gebeten zu ihm zu kommen, weil er angeblich endlich eine Methode gefunden hat, um Elias Erinnerungen wieder zurückzubringen. Das sind doch super tolle Neuigkeiten und deswegen besuchen wir die beiden gleich mal. Ich habe zufällig gehört, dass deine Bekannte Gedächtnis verloren hat. Was? Ich habe etwas mit dem Priester zu besprechen. Ja, so bin ich hier. Was macht ihr denn hier? Ein Grober ist ja auch da. Wie passt du überhaupt durch die Tür? Wer bist du, Elias? War ein Bekannter von diesem Mädchen? Äh, ja, unter anderem bin ich auch derjenige, der dich ja gerettet hat vor sich selbst. Oder besser gesagt vor dem Schattenkristall. Der kann sich ja leider daran ebenfalls nicht erinnern. Aber ich glaube, das ist sogar besser so. Der muss nicht unbedingt wissen, dass er mal ein Monster war. Äh, Link? Hast du gehört, was der Priester gesagt hat? Hallo, Link. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe gute Nachrichten. Wenn alles klappt, können wir Elias Erinnerungen zurückgeben. Kennst du eigentlich Jaguar, den Bekannten von Thelma? Er forscht nach irgendetwas in den Wolken und wollte die Steinstatue sehen. Ich habe ihn in die Katakomben des Heiligtums gelassen. Dabei hat Elias sich daran erinnert, dass sie von der Person, die sie gerettet hat, etwas über irgendeinen Stab aus den Wolken gehört hat. Der Älteste der Koron sagt, es gibt einen Weg, ihr ihre verlorenen Erinnerungen wiederzugeben. Man muss die Gedächtnisfragmente zurückverfolgen und wieder zusammenfügen. Das heißt, wenn man die Handlung bis dorthin, wo ihr geholfen wurde, zurückverfolgt, sollte es ein Mittel geben, ihre Erinnerungen zu finden. Bevor sie in unser Dorf kam, hat sich ja Thelma um sie gekümmert. Es wäre gut, mit ihr zu reden. Und wenn du zu Thelma gehst, gib ihr bitte das hier. Du erhältst Leonards Brief. Er beschreibt, wie du Elias Erinnerungen zurückbringst. Leg ihn auf Y-X-R, um ihm den Empfänger zu zeigen. Weißt du, ich... Nun ja, ich komme mit ihr nämlich nicht so gut aus. Also dann, Link, auf in den Kampf. Na, was sagt man dazu, Leonard? Sag bloß, du interessierst dich für Thelma? Gerade du, ein Priester? Naja, wo die Liebe hinfällt, nicht wahr? Alles klar, so. Ich würde sagen, wir gehen aber trotzdem noch in die Katakomben runter. Ich glaube, das muss man sogar machen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon da unten irgendwas auslösen. Deswegen schaue ich einfach mal rein. Was für eine Überraschung. Wenn das nicht Link ist, wer hätte gedacht, dass wir uns an einem Ort wie diesem treffen? Ich bin eigentlich hier, um die Legende der Komulaner zu untersuchen, die man sich in Hyrule erzählt. Dass du gerade jetzt auftauchst, du bist schon ungewöhnlich. Endlich habe ich sie gefunden. Die steinene Statue. Das ist die, die in den Dokumenten meines Vaters beschrieben ist. Es gibt in Hyrule viele solcher Statuen, aber diese hier ist irgendwie anders. Schau dir doch mal den Bauch der Statue an. Steht da nicht etwas geschrieben? Darüber steht auch etwas in den Aufzeichnungen meines Vaters. Das scheinen kumulanische Schriftzeichen zu sein. Die Worte, die das Siegel lösen, werden mich erwecken. So steht es hier. Diese Illi ist doch eine Bekannte von dir, oder? Kann einem richtig leid tun, alle Erinnerungen zu verlieren. Sie erwähnt ja doch einen Stab aus den Wolken. Ich glaube ja, dass das irgendetwas mit den Worten, die das Siegel lösen, zu tun hat. Kann man denn nicht irgendetwas tun, um in Erinnerung zurückzubringen? Das würde wohl so manches Rätsel lösen. Okay, also wir können mit ihm eh noch nichts machen, aber ihr seht schon, diese Eulenstatue hat so ein komisches Ding auf dem Bauch drauf, was die anderen alle nicht haben. Und man sieht auch sehr schön, dass die ja eigentlich hier so einen Durchgang versperrt. Also man kann dahinter schön sehen, dass es da noch wohin geht, in eine verborgene Kammer. Aber im Moment können wir leider noch nichts machen. Und ich finde ja, Anjago ist auch etwas Besonderes. Und zwar jetzt nicht unbedingt sein etwas anderer Kleidungsstil, sondern eigentlich sein Buch. Wenn man sich das mal genauer ansieht, hat er nämlich hier einen Dolch drinstecken. Und ich weiß auch nicht, das soll, glaube ich, so ein bisschen eine Anspielung sein an... Oh Gott, wie hieß denn der Typ jetzt nochmal? Ich glaube, das war Mokko. Das war einer von den Piraten aus Wind Waker. Der trägt nämlich auch immer so ein Buch unter seinem Arm. Und da heißt es, wenn man seine Figur anfertigen lässt, dann steht er tatsächlich in seinem Buch, hätte er ein Messer versteckt. Und bei ihm, da ist er hier, hier, na seht ihr hier, da steckt auch so ein Dolch drin. Das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen Easter Egg mäßig bei ihm, dass das eine versteckte Anspielung drauf sein soll. Aber okay, gut. Im Moment können wir hier noch nichts machen. Wir müssen echt erstmal Elia helfen. Macht aber nichts. Aber hier kommen wir ja gar nicht mehr raus. Wir müssen da hinten wieder zurück. Mir fällt jetzt aber noch einbezüglich des Heiligtums, oder besser gesagt dieses Gebäudes. Wir müssten da oben am Dach noch irgendwas machen können. Kann ich mich noch erinnern. Das werde ich mal kurz probieren, ob das klappt. Und zwar möchte ich jetzt mal probieren, nochmal auf das Dach raufzukommen. Aber das geht natürlich nur als Wolf, also bitte. Und wenn das jetzt noch funktioniert, müsste mich Mithner hier irgendwo nach oben bringen können. Monster, nichts mehr weg hier. Oh, das hatte ich ja auch noch nie. Der hat aber gute Augen. Da oben ist ja Taro auf dem Aussichtssum und der hat uns jetzt echt von hier aus gesehen und schlägt hier gleich mal Alarm. Ja, toll. Jetzt sind wirklich alle weg. Das hatte ich ja auch noch nie. Die sind ja einfach mal alle jetzt abgehauen. Wann bitte Monster? Hat der noch nie einen Wolf gesehen? Wir sind doch kein Monster. Egal. Also hier muss ich jetzt irgendwo... Ja, seht mal, es geht. Aha. So, jetzt bin ich wieder hier oben. Und jetzt muss ich allerdings wieder ein Mensch werden. Ich weiß auch nicht, wie man da wirklich drauf kommen soll. Aber wenn man jetzt hier oben steht und mit einem Pfeil direkt hier in diese Glocke schießt, dann passt auf, man sieht sogar so ein ganz kleines bisschen funkeln. Also, Blödsinn, normaler Pfeil geht ja nicht. Ich glaube, es muss sogar ein Bombenpfeil sein. Also, kleinen Moment. Machen wir uns halt Bombenpfeile. Die haben ein bisschen mehr Wumms. Vor allem, man sieht doch so schön das Loch, wo wir damals als Wolf durchgekracht sind, das haben sie abgedeckt. Da können wir jetzt also nicht nochmal rein blumsen. So, also, Bombenpfeil müsste gehen. Genau, seht mal. Da ist ein silbener Rubin rausgefallen. Du erhältst 200 Rubine. Ist das nicht geil? Weil 200 Rubine waren da oben einfach mal in der Glocke versteckt. Wie sind die da hingekommen? Richtig geil. Einfach mal einen silbernen Rubin gefunden. Findet man ja eigentlich auch sehr selten in dem Spiel. Jetzt haben wir über 1000. So, ja, also jetzt sieht man es auch nicht mehr funkeln in der Glocke. Das ist mir jetzt gerade nämlich noch eingefallen, dass das hier oben versteckt ist. Wenn man ein bisschen Geld braucht, ne, dann lasst euch einfach von mit mir da raufhelfen, schießen, Bombenpfeil in die Glocke und dann fallen da gleich mal 200 Rubine raus. Für alle, die ein bisschen knapp bei Kasse sind. Okay, gut. Das heißt, es geht schon wieder zurück zu Thelma. Wo wir ja eigentlich in den letzten Partys gewesen sind. Aber naja, sind wir da so ein bisschen hin und her geredet. Aber was soll's. Also bitte, warpen. Zurück nach Hyrule Stadt, bitteschön. So, da wären wir wieder. Und dann zeige ich ihr gleich mal Leonards Brief. Hier, guckst du. Wow, der ist ja von Leonard. Aber steht da gar nichts über mich? Na, was soll's. Hauptsache, ich weiß jetzt, was Sache ist. Also gut, Elia braucht unsere Hilfe. Aber so viel weiß ich auch nicht. Nur, dass es der Arzt war, der Elia ursprünglich hierher gebracht hat. Vielleicht weiß er ja etwas. Allerdings, nun ja, er ist ein wenig schwierig. Am besten du zeigst ihm das hier. Ein magisches Papier, das schwierige Menschen gesprächig macht. Du erhältst eine Rechnung. Der Arzt in Hyrule Stadt hat wohl eine ganze Weile lang hier anschreiben lassen. Die Summe ist astronomisch. Lege ich sie auf Y, X oder R, um sie in ihrem Empfänger zu zeigen. Ach so, das ist der Arzt, den wir auch hätten. Zech-Breller. Alter, sind das da 80.000 Rubine? Kann man das hier sehen? Also ich sehe, das ist hier nochmal... Also es ist jetzt irgendwie gespielt, natürlich, in unserer Version hier. Ja klar, das ist so rückwärts. 80.000 Rubine hat der hier Schulden? Bist du wahnsinnig, der wird arm. Ich hoffe, ihr fällt bald alles wieder ein. Findest du nicht auch, Link? Äh, naja, natürlich. Ah, da 80.000, das steht da wirklich drauf. Es ist halt nur gespiegelt, weil ja der ganze Helden-Modus gespiegelt ist. Es ist natürlich auch das Ding gespiegelt. Aber wenn wir uns rückwärts rüßt, dann steht da 80.000 drauf. Alter, was ist denn das für ein alter Zech-Breller, dieser Arzt? 80.000 Rubine? Schulden? Ich glaube, der kann seine Praxis zusperren. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der als Arzt so wahnsinnig viel verdient. Das ist doch eh nur so ein oller Quacksalber. Und den haben wir ja einmal ganz kurz gesehen, als wir das erste Mal hier in diesem Wirtshaus gekommen sind. Sie sind uns entgegengekommen mit seiner riesigen langen Nase und seinen Aschenbecherbrillen. Der ist schon eine seltsame Erscheinung. So, der hat ja seine Praxis in der westlichen Straße. Und zwar gleich hier vorne. Es ist schon schön, wie die jetzt alle hier vom Maru-Markt shoppen gehen. Fast jeder hat hier so eine Einkaufstasche. Sogar die Kerle haben sowas. Ja, warum denn nicht? Oh, süßes Hundchen. Kann ich dich mitnehmen hier? Ne, du musst leider draußen warten. Tut mir leid. Was? Was zum? Ist das nicht der kleine Held, der den Zorium gerettet hat, obwohl ihm das so gar nichts einbringt? Was führt dich her? Eine Untersuchung? Aber Geld hast du doch wohl. Übrigens, diese kleine Heli, sie hat nicht zufällig über mich gesprochen. Warum sollte sie denn über dich reden? Aber bitte seht ihr euch an. Was? Ich meine... Typi, du hast ein... Du solltest dir ja ruhig mal andere Brillen kaufen. Also von so einem Arzt möchte ich mich auch nicht unbedingt behandeln lassen. Aber okay. Wir sollen jetzt hier nicht Vorurteile warten. Also so hier, ich habe zufällig... Rein zufällig habe ich hier etwas dabei. Guck mal. Aber warte doch ein wenig. Ich zahle ja. Fast hatte ich das Geld schon beisammen. Hätte ich die Schnitzerei von den Mädchen verkauft, wäre Geld in die Kasse gekommen. Aber dann habe ich Medizin über die Schnitzerei verschüttet und dann hat sie so gestunken. Natürlich habe ich sie sofort zum Trockner nach draußen gestellt, aber dann... Hat sie mir irgendwer gestohlen? Und glaube ich nicht wahr? Die Leute stehen wirklich wie die Raben. Es gibt einfach keine Ehrlichkeit mehr auf der Welt. Jedenfalls ist hier keine Schnitzerei und Geld habe ich auch keins. Also kann ich dir auch nichts zurückgeben. Also gut. Arbeiten, arbeiten. Ja, ist klar. Eine Schnitzerei? Wo hat Elia denn eine Schnitzerei her? Sowas kenne ich gar nicht von ihr. Sowas hatte die doch nie. Muss ja wohl jemanden gegeben haben, als sie unterwegs war. So, auf jeden Fall, solange man ihm hier nicht diese Arztrechnung zeigt. Also eigentlich von Thelma die Rechnung. Wenn man ihm die nicht zeigt, dann lässt er euch nicht hier nach hinten durch. Und der... Ey, jetzt seht ihr euch mal, was der hier in seinen Gläsern hat. Was ist denn das hier für ein Freak? Ist sehr ekelhaft. Hier so Kalkwappen und dritte Zähne eingelegt. Und irgendwelche anderen Viecher, so kleine Schildkröte. Aber was hat denn die hier alles drin? Was bist denn du für ein kranker Typ überhaupt? Das ist ja... Na, ich weiß ja auch nicht. Ih, so ein Gebiss. Oh, weia. Eine ziemlich heruntergekommene Arztpraxis. Die Kautschirme total geflickt und alles. Naja. Der hat vielleicht auch schon mal bessere Tage gesehen. Was haben wir denn hier noch? Immer noch... Na klar, hier so ein... So eine Zeitung von so einem Menschen, wie das innen aussieht und so. Ein Haufen Bücher. Saufen tut er auch. Nur ist in lauter Weinflaschen rum. Der Typ hat ernsthaft ein Problem und... Ah, seht mal. Sehr verdächtig. Hier ist ein grüner Fleck an der Wand. Und wir können die Kiste verschieben. Na dann. So, was ist hier? Alter, das ist so eklig. Was ist das da alles? Was soll das da drin? Oh, das riecht aber ganz schön übel. Na gut, dass hier diese Trennwand dazwischen ist. Deswegen konnte er jetzt nicht sehen, dass ich mich in einen Wolf verwandelt habe. Ein letztes Mal müssen wir nämlich noch schnüffeln. Geruch von Fisch vergessen. Neun Geruch merken. Na sicher doch. Geruch von Medizin gewittert. Ah, da oben geht's also lang. Okay, es geht nach draußen. Naja, logisch, wo auch sonst hin? Das hat der Typ jetzt nicht gehört. Der sieht nicht nur schlecht, er ist auch noch fast taub. Ja, ja, jetzt habt ihr bitte alle Angst vor uns. Ist eh klar. Buh, ich bin der große böse Wolf. Buh, habt Angst vor mir, er läuft weg. Oh Mann, ey, was für Pfeifen. Ich hebe gern Sachen auf und apportiere sie. Aber auf Steinböden tun mir die Pfoten weh. Das mag ich nicht. Kann man schon vorstellen, dass das ein bisschen unangenehm ist auf den Pfoten. Suchst du etwa dieses Ding, das Elia bei sich hatte? Wärst du nur herausbekommen, dass ich es dem Arzt abgenommen habe. Ganz schön clever. Aber dann waren da die Knochenhunde und die haben sie mir weggenommen. Ich sagte ihr, wenn solche Gerippe hinter der Schnitzerei her sind, dann ist die Kleine dann etwas Großes reingeraten. Die Bieste sind irgendwo in der Nähe des Südhors und dummerweise kommen die nur nachts aus ihren Löchern. Außerdem sind sie immer im Rudel unterwegs. Du musst sie alle besiegen, um die Schnitzerei zurückzubekommen. Und zurückbekommen musst du sie. Sie ist ein Schlüssel zu Elias Erinnerung. Luise, du warst diejenige, die die Schnitzerei gestohlen hat? Interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil es ist immer schon eine ganze Zeit Frage, wer hat überhaupt die ganzen Schreie von den Leuten hier aufgenommen? Warum? So. Na, es ist ja praktisch, dass die Sonne eh gerade untergeht. Das heißt, die müssten sich eigentlich schon sehr bald zeigen. Gut, hier habe ich ja alles erledigt. Bis auf eine Sache, die leider immer noch nicht machbar ist. Und zwar dieses Loch hier. Da kann ich noch irgendwas finden, da unten. Aber das geht erst, wenn ich in Cumula fertig bin. Wenn ich da einen Dungeon-Gegenstand habe, dann kann ich da gefahrlos hinunter. Da könnte eventuell hier jetzt auch wieder Mibus sterben. Man sieht ja die Droge sogar da unten. Aber da komme ich so leider einfach nicht ran. Zwar keine Ahnung, wie überhaupt so ein großes Loch entstanden ist, aber Ah, sehr gut. Die Sonne geht unter. Die müssen jetzt also jeden Augenblick rauskommen. Diese Knochenhunde. Ih, was macht denn hier so ein Dekoranda? Ekelhaft. So, ich muss jetzt hier leider wirklich noch ein bisschen warten. Gleich ist es soweit. Gleich ist Nacht. War das überhaupt hier? Ich glaube, das war doch... Nee, ich glaube, das war sogar woanders. Das war gar nicht mal... Doch, sie sind hier. Sie sind rausgekommen. Erwartet. Ekelige Knochenhunde. Ich kann nicht doch genauso als Mensch. Nee, unmöglich, das sind Leute hinter mir. Ach so, weil jetzt der Corona da steht. Egal, ich mach die alle als Wolf plat. Du findest die Schnitzerei wieder. Eine seltsame Statue, die ursprünglich Elia gehörte. Sie könnte der Schlüssel zu Elias Gedächtnis sein. Lege es auf Y, Nix oder R, um sie zu verwenden. Leute, wir haben sie... Das war ja leicht. Na praktisch, das ist gerade die Sonne untergegangen. Sonst hätte ich hier noch ein bisschen länger warten müssen. Ah, bin ich froh. Also, sie tauchen eh gleich hier auf den Platz vor dem Südhof. Und dem Gerol war das alles scheißegal. Dann denkst du so, ne, ist ja... Kümmert mich ja nicht. So, aber seht euch das Ding an. Dieses Auge. Das hab ich doch schon mal wo gesehen. Gehörte früher zu Elias' Besitztüme. Die Form ist sehr ungewöhnlich. Sie wird helfen, Elias' Gedächtnis zurückzubringen. Ja, das heißt, es geht wieder zurück nach Kakariko. Und dann werde ich ihr das Ding gleich mal zeigen. Wenn ich ihr das vor die Nase halte, müsste sie sich eigentlich vielleicht wieder an ein bisschen was erinnern. Also warten. Und zurück nach Kakariko, bitteschön. Natürlich mit vollen Herzen. Ich mein, wenn schon, denn schon. Kostet ja nichts. So. Gut, dann, äh, da muss ich natürlich auch auf die Taste legen. Ist ja auch so übel, dass unser Kopierstopp, als wir wieder in die Gegenwart zurückgekehrt sind. Ja, der hat ja seine Zauberkraft verloren. Der ist jetzt komplett nutzlos im Moment. Dagegen müssen wir auch noch was unternehmen. Hey, Elia. Guck dir das doch mal an. Das bringt nichts. Hallo? Guck's dir an, verdammt. So, ich muss mich direkt, glaube ich, vor sie hinstellen. So, hier, nochmal. Guck mal. Was ist das? Ich war irgendwo eingesperrt und jemand, der auch dort war, hat mir geholfen. Das hier habe ich bekommen. Ja, das hat mir dieser jemand gegeben, als ich befreit wurde. Ja, jetzt erinnere ich mich. Aber diese Person ist immer noch in Schwierigkeiten. Man muss ihr helfen. Aber wo war das nur? Wieso kann ich mich nur nicht mehr daran erinnern? Jetzt fällt's mir ein! Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Es ist eine heilige Statue des Volkes, das in alten Zeiten der königlichen Familie von Hyrule gedient hat. Sie dienten dem König im Verborgenen. Deshalb lebten sie auch zurückgezogen an einem geheimen Ort. Aber das Volk wurde vernichtet. Ihr verlassenes Dorf findet man hinter der Brücke von Eldin. An dem Weg, der nach Ranel führt. Aber ein großer Felsen versperrt schon seit langer Zeit den Weg. Man wird das Dorf also nicht so leicht erreichen können. Mach dir trotzdem keine Sorgen. Gerade in Zeiten wie diesen sind wir Gron immer bereit zu helfen. Unser Oberhaupt Gron ist schon vorausgegangen und wartet. Wenn du ihn nicht findest, sieh einfach auf der Karte nach. Gehen wir also zu dem Weg hinter der Brücke von Eldin, der nach Ranel führt. Ah, Leute, wir haben endlich einen kleinen Hoffnungsschimmer. Elia hat sich jetzt an ein Teil erinnert, was zuletzt passiert ist, als wir halt nicht da waren. Und wo sie da... Sie war wohl eingesperrt mit jemand anderem und der hatte dann diese Statue also gegeben. Ich sage ja, die hatte die von Anfang an doch gar nicht. Hat sie bekommen irgendwie als Abschiedsgeschenk oder was auch immer. So, und man kann sich jetzt eh denken, wo das ist. Ich war sogar schon einmal in der Nähe davon, weil ich nach Geistersielen gesucht habe. Und zwar ist das genau da, wo jetzt die rote Fahne ist. Weil ihr seht ja schön, dass hier noch so ein ganz kleiner dunkler Bereich ist. Und das ist dieses vergessene Dorf von den Shikar logischerweise, weil welches andere Volk hat die Königsfamilie im Verborgenen beschützt? Das sind natürlich die Shikar, die es hier auch nicht mehr gibt. Und da drin werde ich auch meine allerletzte Geistersseele von Eldin finden, weil da fehlt mir noch genau eine und die gibt es dort drin. Deswegen kann ich mir die jetzt erst holen. Aber Leute, wenn dann sowieso erst im nächsten Part jetzt ist mal Schluss. Wir haben schon einiges erreicht und im nächsten Part geht es dann in dieses vergessene Dorf. Also gut Leute, danke wieder einmal fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Dann können wir die Story wenigstens wieder ein bisschen vorantreiben. Und wenn wir dann Ilias Erinnerung so gesehen wirklich zurückgebracht haben, dann können wir auch wieder mit Iago weitermachen. Damit wir auch ihm helfen, die Geheimnisse der Kumulana zu entschlüsseln. Aber das muss noch ein bisschen warten. Der muss sich noch hinten anstellen, der liebe Iago. Also bis zum nächsten Mal bei Zelda. Ciao. Ciao.